Hallo! Kennen Sie diese Bilder? Dies ist der frisch gewählte Präsident Argentiniens, Javier Milley, auf seinem Flug von Argentinien nach Davos zum Weltökonomik-Forum. Dort wird er eine vielbeachtete Rede halten, in der er betont, wie wichtig eine liberale Wirtschaftspolitik für den Wohlstand einer Gesellschaft ist. Ich bin gespannt, ob man ihn dort noch einmal einladen wird, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Fällt Ihnen etwas auf? Javier befindet sich nicht in einem Regierungs-, sondern in einem ganz normalen Linienflieger, um nach Davos zu kommen, so wie seine Bürger, die er regiert, auch. Viele Mitglieder unserer derzeitigen Regierung hatten uns ebenfalls noch im Wahlkampf versprochen, erstens weniger zu fliegen und zweitens öfter mal die Flugbereitschaft stehen zu lassen und stattdessen auf den Linienflug zurückzugreifen, wie Milley es tut. Denn so lässt sich schließlich Geld und vor allem CO2 einsparen, was ja bekanntlich der Grünen-Partei so ein Herzensanliegen ist. Deshalb hat sie auch uns Bürgern das Fliegen ein gutes Stück teurer gemacht. Doch wie sieht es nun mit der Flugsparsamkeit unserer vor allem grünen Regierungsmitglieder in der Praxis aus? Außenministerin Annalena Baerbock steht in der Kritik, weil sie bei einer Dienstreise für eine frühere Rückkehr nach Berlin Piloten extra mit einem zweiten Regierungsflugzeug einfliegen ließ. Bei ihrer Reise nach Marokko und Dänemark wurde in Kopenhagen der letzte Programmpunkt kurzfristig gestrichen. Daraufhin beantragte nach Informationen von BILD am Sonntag das Protokoll des Auswärtigen Amtes bei der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums einen früheren Abflug. Der Rückflug am Freitag am 26. August 2022 sollte nicht mehr wie geplant um 18.20 Uhr starten, sondern schon knapp drei Stunden früher um 15.30 Uhr. Allerdings durfte die A340 Crew in Kopenhagen diesen Flug wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten für Piloten nicht ausführen. Daraufhin musste eine neue A340 Flugbesatzung mit einem zweiten Regierungsflieger von Köln nach Kopenhagen, Luftlinie 645 km, eingeflogen werden, um die vom Auswärtigen Amt gewünschte frühere Abflugzeit erfüllen zu können. Der A340 brachte Baerbock und ihre Delegation knapp drei Stunden früher ins 356 km entfernte Berlin. Das Außenministerium bestätigt den Wegfall eines Termins in Kopenhagen. Gegenüber Bild am Sonntag hieß es aus dem Hause Baerbock, die Flugbereitschaft stellte sicher, dass die Delegation rechtzeitig für Anschlusstermine der Ministerin nach Berlin zurückkehren konnte. Um welche Termine es sich dabei handelte, teilte das Ministerium auf Nachfrage nicht mit. Nach Bild am Sonntag Informationen waren es ein regierungsinternes Telefonat und eine parteiinterne Videokonferenz. Kritik kommt von der Union, weil Baerbock zum Amtsbeginn angekündigt hatte, klimafreundliche Reisen zu wollen. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte Bild am Sonntag, typisch grüne Doppelmoral. Steuern für Flugtickets erhöhen, Klimaschutz predigen und dann die Flugbereitschaft für den persönlichen Komfort ausreizen. Das geht gar nicht. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor riet Baerbock, das nächste Mal sollte die Ministerin ein paar Akten oder ein Buch übers Völkerrecht lesen und auf ihren planmäßigen Rückflug warten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und auf ihren Planeten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und auf ihren Planeten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und auf ihren Planeten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017